ja war da du kannst mir noch mal einladen und dafür ja irgendwie geht das hallo hast du dir auch weißt du was ich gehe mal auf garage und mach mal ein weiter schönes auto hast du die felgen auch gekriegt ja ich habe gestern wegen diesen live stream ja tatsächlich zwei sachen bekommen einmal die felgen und ja und bei der letzten kiste habe ich leider zwei tag jetzt habe ich jetzt ein bisschen haben ja ich brauche den scheiß nicht mehr das ist eigentlich gar dark matter ist eigentlich geil nö nö ich glaube nicht immer mal was habe ich gerade dran ja danke ich brauche die wirklich nicht so du alter klingone kann ich die eigentlich tauschen ich hätte gerne die schwarzen felgen gehabt aber die sind auch gar nicht mehr so schlecht erste runde gleich wieder müll das ist echt nicht normal erste runde und er schon war gleich am meckern hast du diese merke ich dachte ich kann sie echt komplett rausnehmen ja das nächste update wurde ähm angekündigt ja ja das update ist natürlich musst du mich verarschen warum kriegt das jetzt wogelt das schon wieder bei dir das muss ich mal beobachten ich würde an der Stelle vielleicht mal auf die Knochen installieren oh oh scheiße was mach ich da nein wow ha 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 liegt er wie ein Igel auf dem rücken ha 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 ja ich habe ja noch nie gewicht gehabt alter du exakt uah ACHDUNG der geht reaa nicht rein das habe ich ja noch nicht gedacht dass ich so perfekt auf dem rücken lag Alter aber sag schon bestimmt speck 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 die speck der Kulä aus oder oooohh Gott der geht nicht rein oooohh der geht oooohh der geht oooohh das wollte ich nun nicht einsetzen oooohh ja mach das mal alter weil wenn es jetzt wieder ruckeln ist hart dann ist irgendwas im Arsch da oder du hast das schöne und äußerst seltene Problem wie ich mit äh wie heißt es jetzt hier äh City Skyline dass ich das einfach nicht spielen kann ja das sind so ganz kleine so ganz kurze Mini Ruggler ja ich weiß ich weiß hab ich bei ähm City Skyline genau so jetzt läuft es ja super schlüssig jetzt läuft es ja super schlüssig ja ja hab ich teilweise auch so das wäre ja kacke gerade bei Rocket League äh 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 schade oh Gott nein weg mit dir oh schon wieder ein Ruggler jup dann hab ich echt das Gefühl dass das die sind weil das ist das ist ja nur eine Idee also ich würd's neu installieren klar ne aber ja das musste auf jeden Fall aber das hat bei mir leider auch nicht gelaufen oh ich wollte ihn da aus der Gefahrenzone wegziehen aber boah boah shit ey hat bei mir leider damals auch nicht gelaufen ich würde jetzt echt keine Angst machen ne aber das ist deswegen kann ich seit Ewigkeiten kein City Skyline zu mehr spielen weil mein das einfach nicht aushält vor allem du hast ja schon ähm bei ähm 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 wie heißt das hier let's try oah schade let's try hast du das mit von der Wack genommen ne ja 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 deswegen also das kann ich am Netz da liegen fah ja du hast Peer Power 500 genommen weiss ich ey oder Straight Power oder Peer Power ja ja Straight Power ja das 5 pass ich doch genau ja bei deiner Zeit irgendwas mit über 90 Euro gekostet glaube ich und das war das äh Straight Power 500 nicht das 500 zu wenig sind nicht das 500 zu wenig sind nicht das 500 zu wenig sind da hat mich mal an etwa 400 hätte sogar so reichen wir verbrauchen heutzutage nicht mehr so 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 viel wie deine 79 ungefähr weißt das selber ja aber der CPU soll glaube ich auf äh volllast ziemlich viel äh ne ne der verbraucht auch nicht zu viel also die 500 reichen mehr als genug definitiv 100 pro also hättest du jetzt eine TI drin dann hättest du vielleicht eventuell der hättest du 650 nehmen sollen aber mit der mit der 1080 reichen 500 locker mehr als locker da brauchst du mal keine Gedanken machen ah Alter jetzt feitechnisch das sollte eigentlich klappen ach das kann aber auch äh am äh hab ich irgendwas anderes laufen? ne größtens Vivaldi und äh dieses neue Internet Explorer Dings ist das nur Microsoft Edge oder so? ja ich glaub schon vielleicht sollten wir gleich mal ausprobieren bisschen vielleicht mal ähm The Forest spielen und mal gucken ob du da auch diese Ruggler hast ne da hab ich halt nicht diese Ruggler ja weißt du ja nicht du hast du ja jetzt äh stimmt du hast das ja wer weiß vielleicht ist jetzt was kaputt gegangen ist ja dann hätte ich das ja auch vorhin bei Shellshock auch gehabt ne ich weiß nicht Shellshock ist ja wirklich nicht belassen belassen boah wer hat den denn eingefroren? keine Ahnung alter das war auf jeden Fall perfekt boah alter da konnte ich gerade wegen den Ruggler nichts machen ja ich versuch's auf jeden Fall erstmal mit äh neu zu gehen ja weil das hört sich ganz nach dem scheiß an den ich auch hab ach man ey hat mich da einer aufgehalten nein ich kam leider nicht früher dran ja ich will meine neuen Felgen sehen und deine neuen Felgen hm doch. ist ja gar nicht mehr so neu hm ist ja gar nicht mehr so neu Ah, den hättest du lassen müssen Den hättest du lassen müssen Schade Alter, der aussieht Alter, der hat die Drachen weg Und diese, Alter, der hat Geile Mäusefalle, Alter Ja, geil Und der hat Tachyon in Rot So wie es aussieht Außer Ich hab das ja in Blau Ich hab eine geile Mäusefalle gekriegt, Mann Mäusefalle Alter, sehen die Felgen fett aus Jetzt sind sie Jetzt sind sie rot Die Felgen sind rot Die Felgen sind jetzt blau Halbblau zumindest Jetzt sind sie blau Jetzt sind sie wieder rot Ist das geil Boah, Alter, sind die Felgen fett Boah Da hab ich mal was Schönes bekommen Boah Na 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 Tony Montana Oh Oh Ruckla Ach ja, das machen wir gleich Oh nö, nö Ja, Alter, du kannst dir nicht mit Rucklain spielen Und dann wird es halt hier Wie du eben schon den Ball verloren hast du zu sein Oder durch Alter Den Den hab ich ja nicht Bekommen Denn Beim letzten Spiel hast du gesagt Ah, scheiße durch den Rucklau Ich glaube, ich glaube, ich habe den Ball verpasst Ja Durch den Rucklau Alter, auch noch verlängert durch den Scheiß Wirbelsturm Aber wir fahren alle da gut Schade Boah Das hat aber wieder geruckelt Schade, 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 Alter Na endlich hat das mal geklappt, ey Dass ich von hinten durchkam Äh, durchgebrochen bin Will ich haben Alter Oh Oh Mein Magnet Ich bin halt echt am überlegen, mir das zu kaufen Nein Oh, schade Sehr schön Sehr schön Sauber Oh Was zur Hölle Da bin ich geflogen Ein kurzes Stück Oh, du auch Alter, nice Du kannst das mit dem Fliegen viel besser als ich Mittlerweile Oh, Alter Da klickte mir auch die Kollege gerade an der Arschmille Alter Alter, die Fliegen Hoffentlich sieht man das gleich so schön Oh, ne, schade Oh, ne, schade Schade Der ist aber arg genau perfekt Falsche Oh, schade Oh, da hat er aber richtig gut reagiert Oh, und der ist Chili Oh, Alter Oh, scheiße Oh, schade Weg mit dir Oh, ich hab Ich hab Boxhanschuhe Ich muss in die richtige Ah, ich kam nicht Ich kam nicht in den richtigen Winkel Entschuldigung Oh, Gott Wieso führten wir schon 5,1? Oh Alter Mein Magnet Schon wieder der gleiche Scheiße Und dieses Geruckel Egal Wenn nicht, egal, Alter Wenn du da durch die Spielkatzes Also scheiße Ach, Quatsch So schlimm ist es nun auch nicht Das wird in der Aufnahme noch schneller Schlimmer aussehen Ja, mal gucken Ja, ich will mal gucken Du solltest dir lieber die jetzt mal angucken Bevor du sie jetzt dann weiterhaufnimmst Oh, Alter Boah, ich hab schon wieder Heißkabinat Oh, Entschuldigung Hab Turbo Oh, Gott Ja, war gut Scheiße Schiliconkar, ne? Hör auf Mann Man Alter Dark Matter Dark Matterhorn Feigen, feigen, feigen Feigen Oh, Alter Ich hab das mit mir selber gemacht, weil ich erst das nicht dahin getauscht habe Oh, meine Faust Gottes ist weggegangen Oh, sehr schön Sehr schön Alter, volle Boden versunken Profi Ja, Profi Ja Nein, schade Schade Ich hab's gesehen Geile Feigen Musste man davon wirklich komplett... Wann hast du die gekriegt? Was? Gestern und... Also die Sachen Gestern während des letzten Streams Alter, das heißt, die wollten wirklich, dass man den ganz... Komplett alle Streams guckt, damit man die Scheiße kriegt Oder man, äh, es gibt eine Verzögerung Ich könnte auch sagen, dass ich jetzt in den nächsten... Dass ich heute Abend vielleicht nochmal was bekomme Und dann morgen Abend vielleicht nochmal was Ich hab am Samstag nämlich den kompletten Stream geguckt Alter, du bist doch echt nervig Ach, komm, Kinder, selig, ey Guck mal, hier nervt das Aber bei WSF, Fällschung live nicht, ey Mhm Chili con carne Ohrensehne Selbst hier in der Wiederholung ruckelt das Mhm Mhm Mhm